Hi Folks! Herzlich Willkommen zum Monatsrückblicks-Vlog für Mai mit mir, mit eurem Bernie81. Ja, diesen Monat gibt es den Rückblick mal ein bisschen früher. Normalerweise ist es ja bei mir immer so, dass ich wirklich bis zum Ende des Monats warte, weil es kann ja immer mal noch was Interessantes passieren. Ja, das wird aber diesen Monat wohl eher weniger der Fall sein, weil ich nämlich ab heute Abend, also ich nehme das Video jetzt Sonntag auf. Ich weiß nicht, wann ihr das dann sehen werdet. Und ja, ich muss halt heute Abend in die Nachtschicht und auch die ganze nächste Woche. Der Monat geht noch bis Mittwoch und da ich Nachtschicht habe, wird da wohl nicht mehr groß was passieren. Und da ich auch nicht weiß, ob ich dann noch Bock habe, irgendwie das Video rauszuhauen, dachte ich mir, setze ich mich doch jetzt mal hin und mache meinen Monatsrückblick doch einfach mal heute. Dann habe ich das quasi hinter mir und vor allen Dingen, dann müsst ihr nicht darauf noch länger warten. Genau, das ist der Plan, weil wie gesagt, einfach ich mache nie Nachtschicht und ich weiß jetzt schon, dass es auf jeden Fall eine ziemlich üble Woche wird, weil ich ziemlich im Arsch sein werde. Und deswegen möchte ich das Video dann lieber heute raushauen, weil ja, wie gesagt, wer weiß, wie es mir nächste Woche geht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe mir wie immer ein bisschen was hier auf meinen Zettel aufgeschrieben und ich werde einfach mal mit meiner Arminia anfangen. Und zwar mit den letzten beiden Spielen, denn die Saison ist vorbei. Ist glimpflich ausgegangen für uns, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den Klassenerhalt gepackt. Das heißt, nächstes Jahr gibt es auch wieder zweite Bundesliga in Bielefeld. Ja, aber dass wir es geschafft haben, das war wieder mal also so kurz vor knapp. Ich muss mal ein bisschen kurz was dazu sagen. Also es geht jetzt um die letzten beiden Spiele. Das Heimspiel gegen Braunschweig und das letzte Spiel gegen Dynamo Dresden. Das sind jetzt eigentlich so die beiden Spiele, von denen ich mal erzählen möchte. Und zwar, wer sich ein bisschen auskennt im Fußball, Arminia und Hannover sind befreundet. Hannover und Braunschweig sind verfeindet. So. Stand war der, dass Arminia am Spieltag auf Platz 17 war und Braunschweig auf Platz 2. Das Spiel ging los. Es lief einfach alles perfekt. Es stand 1-0. Irgendwann stand es 2-0. Dann sage ich zu meinem Kumpel, also das ist ja richtig schön, aber wir kennen ja unsere Arminia. So ein 3-0 wäre schon ganz schön. Dann wäre das Ding wahrscheinlich durch. Dann kann man sich auf jeden Fall ein bisschen zurücklehnen. Okay, Irgendwann fällt das 3-0 und dann ging es erst richtig los. Arminia hat tatsächlich Braunschweig letztendlich 6-0 zu Hause weggeklatscht, abgefertigt, nach Hause geschickt. Hammer. Einfach Hammer. Parallel lief das Spiel Hannover gegen Stuttgart. Aufstiegsaspiranten. Ganz klar. Die sind jetzt auch beide direkt aufgestiegen. Und das geilste war, es waren irgendwie 7000 Stuttgarter in Hannover und die haben mit den Hannoveranern zusammen, gut bei denen sowieso klar, wegen der Fanfreundschaft zu uns Armin und der Feindschaft zu Braunschweig, haben die da jedes Tor gefeiert bis zum geht nicht mehr. Ja, richtig, richtig geil. Und ich habe da halt auch so ein paar Videos gesehen aus den Blöcken von Stuttgart, von Hannover, wie die dann zeitweise Bielefeld, Bielefeld skandiert haben. Einfach richtig, richtig Hammer geil. Mega. In dem Zusammenhang kann ich euch vielleicht auch empfehlen, ein sehr, sehr cooler Typ, Connor Sullivan. Das ist so ein Ami, der spielt irgendwie, glaube ich, Football oder Basketball in Stuttgart. So genau weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Und der hat jetzt so einige Fußballspiele sich angeschaut, auch brisante Spiele. Braunschweig Hannover, Karlsruhe gegen Stuttgart und so. Hammer geil. Sehr cool. Also da kann man mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig krass. Dieses 6-0 zu Hause dann gegen Braunschweig. Und nächsten Tag oder übernächsten Tag kam ein Video ins Netz, ist ein Video aufgetaucht. Und zwar aus der Kabine von Arminia. Von unserem Co-Trainer. Der hat da zweieinhalb Minuten richtig Vollgas gegeben und hat eine Motivationsrede abgelassen, die einfach nur seinesgleichen sucht. Mega geil. Die hat es bis nach Amerika geschafft. Also das Ding ist sowas von viral gegangen. Einfach krass. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, das ist höchstwahrscheinlich noch auf YouTube irgendwo. Ich werde einen Link suchen und packe den einfach mal unten in die Videobeschreibung. Das war natürlich nur der erste Streik. Das hieß ja, es gab jetzt ein Endspiel in Dresden. Da habe ich schon vor der Saison vorgewarnt. Ich habe gesagt, hoffentlich gibt es nicht in Dresden ein Endspiel. Ja, so war es dann aber letztendlich. Und ich hatte da echt ein mulmiges Gefühl, weil Arminia hat ja Dresden vor drei Jahren auch am letzten Spieltag in die dritte Liga geschickt. Hat sich dann selber noch in die Relegation gerettet. Gut, später dann abgestiegen in der Relegation. Aber Dresden halt runtergeschickt. Seitdem sind die ziemlich pissig auf uns. Gut, letztendlich war das eine krasse Konstellation, weil Arminia hat alle Karten in der eigenen Hand gehabt. Die konnten direkt drin bleiben, hätten noch in die Relegation gekommen. Und ein direkter Abstieg war auch noch möglich. Und das Spiel habe ich mit Arbeitskollegen und einem Kumpel zusammen bei uns in Bielefeld in der Sportsbar geschaut. Ganze Laden, komplett voller Arminien. Da gibt es etliche Leinwände, Fernseher, richtig geile Stimmung. Und das wichtigste Spiel neben dem Arminia-Spiel in Dresden war das Spiel von 1860 München in Heidenheim. Zwischenzeitlich der absolute Super-GAU. Arminia liegt 1-0 zurück und nicht eine Minute später schießt 1860 auch ein Tor. So, somit waren wir, waren wir somit in der Relegation, soweit ich weiß. Dann hat Arminia den Ausgleich geschossen. Heidenheim hat das Spiel noch 2-1 gewonnen und somit ist Arminia direkt drin gewesen. Und ja, wie gesagt, nächstes Jahr wieder Zweitliga-Fußball in Bielefeld. Ich bin richtig, richtig glücklich und ich freue mich jetzt schon tierisch auf die neue Saison. Auch wenn jetzt erstmal Sommerpause ist und jetzt erstmal ein bisschen chillen, was Fußball so angeht, angesagt ist. Aber das wird auf jeden Fall auch wieder cool. Und ich hoffe natürlich, dass der Jeff Saibene, der Trainer, den vorher wirklich keine Sau kannte, dass der auch bleibt. Der kam aus Luxemburg, also der kommt aus Luxemburg und hat die letzten, also die 10 Spiele, in denen er da war, hat er ein Spiel verloren gegen Stuttgart. Also, super, super geil, deswegen hoffentlich bleibt er. Und ja, was soll ich sagen, nie mehr 3. Liga, nur der DSC. Ich bin einfach tierisch glücklich, dass wir hier in Bielefeld nächste Saison auch wieder Zweitliga-Fußball sehen. Kino-Time war mal wieder angesagt. In diesem Fall werde ich euch sogar verraten, was wir geschaut haben. Den Hintergrund erfahrt ihr gleich, weil normalerweise erzähle ich ja immer am Ende vom Monatsrückblick, was ich so gezockt, gekauft, geguckt habe. Aber in dem Fall erzähle ich euch jetzt mal direkt, in welchem Kinofilm wir waren. Und zwar, ja, wir wollten eigentlich mit 8 Leuten ins Kino. Letztendlich waren wir zu viert. Das war dann mein Arbeitskollege mit seiner Freundin und meine Frau und ich. Das nur nebenbei. Vorher waren wir auf jeden Fall noch schön was essen, richtig schön Burger gefuttert und dann halt ins Kino. Und zwar endlich Guardians of the Galaxy 2. Hammer Film. Es ist ja wirklich selten, dass der zweite Teil genauso gut wie der erste ist. Und ich fand, die haben es einfach richtig, richtig gut gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. Wenn nicht, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Ich fand ihn aber nicht besser als den ersten Teil. Und zwar aus einem Grund. Das kann ich auch direkt sagen. Es war ja beim ersten Teil etwas komplett Neues. Dieses ganze Guardians of the Galaxy-Universum war ja etwas komplett Neues. Das Team und so. Also ich habe sowas vorher halt noch nicht gesehen. Und deswegen hat mich das richtig geflasht. Der zweite Teil, da wusste man ja jetzt schon so ungefähr die Charaktere und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich jetzt den ersten besser. Aber der zweite war auf jeden Fall ja eigentlich genauso gut. Nur dieser Überraschungsmoment im ersten Teil. Weil man halt wirklich vorher noch nicht sowas gesehen hatte. Deswegen fand ich den ersten müh besser. So. Und warum ich euch das jetzt erzähle, dass ich da drinne war. Aber das war nämlich ziemlich lustig. Weil einen Tag vorher haben wir hier ganz spontan mit unseren Nachbarn gegrillt. So. Gegrillt, ein bisschen was getrunken, unterhalten und so weiter und so fort. Ein bisschen auch Switch gezockt. Und dann haben wir nämlich Guardians of the Galaxy 1 geschaut. Den kannten unsere Nachbarn noch nicht. Mein Nachbar war völligst hin und weg. Der fand den Film einfach super. Er meinte, irgendwie der beste Film, den er das letzte halbe Jahr gesehen hat. Kann ich auch nur sagen, ist einfach ein Hammerfilm. Guardians of the Galaxy, wer den noch nicht gesehen hat, gebt den euch auf jeden Fall. Und das war natürlich sehr cool, dass wir dann direkt einen Tag, bevor wir den zweiten Teil im Kino sehen, den ersten dann zu Hause nochmal auf Blu-ray geschaut haben. Das passte dann absolut genial. Und ja, das war auch ein sehr entspannter, sehr chilliger Abend. Ich glaube, wir haben so bis, keine Ahnung, halb zwei oder so zusammengesessen. Mit etlichen Problemen noch irgendwie, weil unser Blu-ray-Player die Disc nicht abspielen wollte. Dann hat mein Nachbar noch seine Playstation runtergeholt. Die wollte dann auch irgendwie den Film in 3D nicht abspielen. Und dann haben wir den letztendlich auch in 2D geguckt. Ich weiß nicht, was da los war. Mittlerweile funktioniert wieder alles. Kein Plan. War auf jeden Fall eine Mega-Aktion. Zwischenzeitlich noch den Fernseher geupdatet, den Blu-ray-Player geupdatet, die Playstation geupdatet. Der wollte einfach nicht den 3D-Film abspielen. Kann sein, dass unser Dolby-Verstärker, dass der irgendwie einen HDMI-Fehler hat, dass einer der Anschlüsse kaputt ist. Jetzt läuft jedenfalls alles. Ich habe nämlich einmal alles komplett rausgerupft. Ein paar Tage später alles wieder neu angestöpselt. Läuft. 3D. Alles wunderbar. Wer weiß, was das wieder war. Ihr kennt das. Technik, die macht sowieso letztendlich immer irgendwie, was sie will. Ja, so ist das. Ich habe das erzählt. Ich habe das mit Sicherheit erzählt. Ich habe ja einen neuen Handyvertrag. Seit 2 Monaten oder so. Und ich habe zu diesem Handyvertrag, habe ich 6 Monate Sky kostenlos dazu bekommen. Das habe ich jetzt endlich mal aktiviert. Und zwar habe ich Sky Cinema genommen. Sky Ticket heißt das. Und ich habe mich für dieses Cinema entschieden. Ehrlich gesagt noch nichts geschaut. Weil das Blöde ist, man kann das nicht auf dem Fernseher streamen. Man kann das halt wirklich nur am Rechner schauen. Das heißt, man müsste einen Laptop haben. Oder ein ultralanges HDMI-Kabel. Wo man dann quasi den Rechner mit dem Fernseher verbindet. Ansonsten kann man es halt wie gesagt nur am Handy schauen. Oder halt direkt am Rechner. Das ist ein bisschen doof. Das Einzige, was ich da bis jetzt geschaut habe, war ein Fußballspiel. Und weil ich da so ein Sport-Tagesticket gratis dabei hatte. Aber ansonsten habe ich da groß noch nichts gemacht. Ich muss auch aufpassen, dass ich das wieder kündige. Weil das kostet nach diesen 6 Monaten, kostet das halt 10 Euro im Monat. Was ich letztendlich nicht brauche. Also wir schauen fast alles über Amazon Prime. Und deswegen lohnt sich das für mich eigentlich auch weniger. Das ist nur so random zwischendurch. Das wollte ich Ihnen nämlich noch auf jeden Fall erzählt haben. Ja, dann war ja Christi Himmelfahrt Vatertag. Und da haben wir in den letzten Jahren immer mit ein paar Jungs sind wir eigentlich wandern gegangen. Wir haben auch mal ein Jahr gar nichts gemacht. Aber häufig sind wir wandern gegangen. Haben dabei ein bisschen was getrunken. Haben uns unterhalten. Sehr cool war das eigentlich immer. Und dieses Jahr haben wir mal was komplett anderes gemacht. Wir waren zu sechs in Bottrop im Movie Park Germany. Das Coole an der ganzen Geschichte war, dass wir von einer Frau, vom Kumpel, der selber gar nicht mit war, Gutscheine bekommen haben, wo wir denn 50% auf den Eintritt gespart haben. Wir haben also anstatt 40 Euro nur 20 Euro pro Person bezahlt. Und haben auch noch ein richtig geiles Zugticket erwischt. Wir sind nämlich mit sechs Leuten mit dem ICE hin und zurück für pro Nase 20 Euro. 40 Euro mit dem ICE hin und zurück inklusive Movie Park Eintritt. Also da kann man schon nicht meckern. Das war schon ganz cool. Ich würde auch nicht den Park für 40 Euro Vollpreis glaube ich besuchen. Dafür war es jetzt nicht so toll. Es war auf jeden Fall ein cooler Tag. Aber für 40 Euro hätte ich jetzt glaube ich nicht so Bock gehabt anstatt für den halben Preis. Was haben wir denn alles gemacht? Also ich bin ja karusselltechnisch der absolute Schisser. Ich gehe ja eigentlich in fast nichts rein. Und ja da gab es dann dieses Van Helsing Haus. Ein relativ großes Gebäude. Und ein Kumpel von mir der war halt schon mal da im Movie Park. Und alle so ja wir gehen da jetzt rein. Ich so ja gut gehen wir da rein. Ich sage was ist denn das? Ja das ist so eine Geisterbahn. Na gut alles klar. Angestellt. Wir kamen immer näher. Immer näher. Immer näher. Okay dann setze ich mich in den Wagen. Oder wir setzen uns in die Wagen. Auf einmal klack. Ich so äh okay. Ein Bügel für eine Geisterbahn. What the fuck. Ja dann war das halt eine kleine Achterbahn. Ich bin ja hier. Ich habe es überlebt. Okay. Aber wenn man halt von etwas komplett anderem ausgeht. Und sonst auch wirklich nirgends wo reingeht. Großartig. Dann war das schon erstmal krass. Letztendlich würde ich wahrscheinlich nochmal mitfahren sogar. Weil es eigentlich ganz cool war. Nur wenn man halt was anderes erwartet. Dann ist das ja nicht so toll. Und ich habe ein extremes Problem halt mit Höhe. Die ging jetzt. Die war ja drin. Und deswegen konnte sie auch nicht so mega hoch sein. Aber es war schon erstmal so. Oh okay. Was geht jetzt hier ab. Müsst ihr einfach mal googeln. Oder bei YouTube schauen. Van Helsing. Achterbahn. Bottrop. Movie Park. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Womit ich da gefahren bin. Ansonsten. Ansonsten. Was haben wir da gemacht. Natürlich gefuttert. Dann haben wir uns so eine. Die war ganz lustig. So eine Police Academy Show angeschaut. Das war so ein bisschen an Police Academy angelehnt. Was eigentlich echt cool war. So mit den Autos sind wir dann rumgefahren. Und haben richtig die Reifen schön gedriftet und so weiter und so fort. Also das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja. Was haben wir denn noch gemacht. Wir sind mit einer Wildwasserbahn gefahren. So eine Rafting Bahn. Wo man in so runden Booten sage ich jetzt mal. Mit acht Leuten drin sitzt. Die war sogar ein bisschen lame fand ich. Die hätte noch ein bisschen mehr abgehen können. Aber nun gut. Ja. Ist halt einfach so. Und ja. Die Jungs waren natürlich dann auch noch in den krassen Achterbahnen. Von hier über Kopf und Beine frei. Und Holzachterbahnen und so weiter und so fort. Da habe ich dann halt einfach draußen gewartet. Und habe auf deren Sachen zum Beispiel aufgepasst. War jedenfalls ein ziemlich cooler Trip. Und wie gesagt. Für 40 Euro All Inclusive. Plus natürlich was man noch so für Essen und Trinken ausgegeben hat. War das ein ziemlich cooler Trip. Und ist auf jeden Fall wiederholungsbedürftig. Also das kann man jederzeit wiederholen. War sehr sehr cool. Am nächsten Tag. Und zwar den Freitag. Hatte ich das Glück. Dass ich einen Brückentag hatte. Meine Frau auch. Und es war ja wirklich extrem warm. Richtig schönes Wetter. Und wir sind dann spontan zur Oma von meiner Frau gefahren. Die gute Dame ist mittlerweile 85. Und ist auch nicht mehr ganz so fit. Deswegen Leute. Ich kann euch einfach nur sagen. Wenn ihr irgendwie. Ich weiß nicht wie alt eure Eltern sind. Oder Oma, Opa. Auf jeden Fall besucht sie. Verbringt Zeit mit ihnen. Solange es geht. Es ist wirklich schon. Es ist schon krass. Wenn man. Wie man das halt merkt. Diesen. Wie Menschen abbauen. Einfach. Ja. Ich meine. Also dement. Das ist so krass. Für die selber wahrscheinlich noch nicht mal. Weil. Ja. Die wissen es halt ja selber einfach nicht mehr. Aber. Für die Außenstehenden drumherum. Ist das einfach schon. Sehr sehr heftig. Ja. Und gerade. Wenn man sich. Eine längere Zeit nicht sieht. So ein halbes Jahr. Das macht schon viel aus. Wie man dann halt einfach. Diesen Abbau. Von Menschen merkt. Die. An sowas leiden. Ist schon sehr traurig. Ja. Wir können es nicht ändern. Wir alle. Werden. Älter. Und hoffentlich. Werden wir alle so alt. 85 ist ja auch schon. Ein stattliches Alter. Und. Deswegen kann ich nur sagen. Verbringt viel Zeit mit euren Lieben. Solange man die Zeit hat. Sollte man sie auf jeden Fall nutzen. Abends. War ich dann noch. Hier mit einem Kumpel. Und seinen Leuten. In der Stadt. Und zwar. Auf dem Leinewebermarkt. Riesiges Stadtfest. Bei uns in Bielefeld. Natürlich. Bei bestem Wetter. Da war das sehr sehr cool. Bierchen getrunken. Auch. 2. 3. 4. 5. Gut was gegessen. Du wirst ja erschlagen. Von diesen ganzen Essensstämmen. Wahnsinn. Richtig. Richtig cool. Wir wollten eigentlich noch spontan feiern danach. Haben es dann aber sein gelassen. Und ja. Sind dann. Letztendlich nach Hause gefahren. Ja. Also hatten auch nicht alle wirklich mehr so Bock. War aber auch. Ein richtig cooler Abend. Auf dem Leineweber. Wie gesagt. Beim richtig schönen Wetter. Macht das natürlich mega viel Spaß. Und ja. Das. War auch eigentlich an dieser Stelle. Alles soweit. Erstmal schon. Wir. Sehen uns natürlich gleich noch. Ich hoffe ihr bleibt noch dran. Wenn es darum geht. Was ich so gekauft. Geguckt. Und natürlich auch gezockt habe. Also. Nicht weglaufen. Da kommt noch einiges auf euch zu. Ich habe mir. Wie wahrscheinlich auch verdammt viele von euch da draußen. Die eine Switch haben. Mario Kart 8. Vorbestellt. 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 Sage ich. Extra so. Betone ich extra so. Denn. Es kam nicht. Rechtzeitig an. Und. Das. Hat mich. Verdammt. Verdammt. Angekotzt. Denn. Wir hatten ja. Auch am Anfang des Monats. Den Feiertag. Und ich habe mir das alles. So schön zurechtgelegt. Dass ich nämlich. Schön. Über die freien Tage. Übers Wochenende. Mario Kart 8. Deluxe zocken kann. War aber nicht so. Das kam dann. Verspätet. Ich habe. Bei Twitter. Habe ich erst mal. Amazon. Angeschrieben. So von wegen. Ja. Ganz toll. Spiel vorbestellt. Und. Es kommt nicht halt. Kommt halt nicht pünktlich. Letztendlich. Habe ich. Einen 5 Euro. Amazon. Gutschein bekommen. Für die nächste Bestellung. Wenn ich mir irgendwie. Ein Spiel bestelle. Besser als nichts. Immerhin habe ich es. Probiert. Und 5 Euro. Ist ja auch was. War aber trotzdem ärgerlich. Also ich meine. Ihr könnt. Könnt das mit Sicherheit. Nachvollziehen. Wenn ihr das Spiel. Vorbestellt. Und. Dann noch. So ein. Langes Wochenende. Wo du. Auf jeden Fall. Zocken willst. Und dann kommt das Spiel nicht. Abfuck. Richtig scheiße. Dann habe ich mir. Ziemlich coole Teile bestellt. Wie ich finde. Und zwar. Zwei Joycon Adapter. Wenn ich dran denke. Dann blende ich mal ein Bild ein. Und zwar. Sind das so. Adapter. Die aussehen wie ein Pad. Wo du dann. Die Joycons reinlegst. Und wo du dann. Auf jeden Fall. Mehr Grip hast. Was haben die gekostet. 13 Euro. Oder sowas. Und dafür finde ich sie. Wirklich super. Also die Teile. Die Joycons legst du einfach rein. Und hat. Dann hat man auf jeden Fall. Ja. Einfach einen besseren Grip. Als mit diesen kleinen Joycons. Da rumzudödeln. Am besten ist hier sowieso. Der. Pro Controller. Aber. Mit mehreren Leuten. Wenn man da mal zocken will. Ich finde diese. Adapter. Sind einfach richtig. Richtig klasse. Ja. Echt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also jeder der eine Switch hat. Könnt ihr. Auf jeden Fall. Bedenkenlos kaufen. Richtig. Richtig cool. So. Dann habe ich mir. Hotel Transylvania 2 gekauft. Die Blu-Ray. Und zwar in einer Special Edition mit Blobby. Ich weiß nicht wer den Film von euch gesehen hat. Blobby ist halt so ein Schleimmonster. Und da war so eine kleine Figur dabei. Und ich fand den Blobby in dem Film einfach richtig richtig cool. Und der Film hat jetzt irgendwie mit dieser Figur sieben Euro gekostet. Da kann man nichts zu sagen. Und wie gesagt. Blobby fand ich einfach in dem Film richtig cool. Deswegen wollte ich den haben. Deswegen habe ich mir den auch gekauft. Dann habe ich mir My Mojis gekauft. Und zwar einmal von den Ghostbusters. Und einmal von den Turtles. Gesehen auf Instagram beim Muck. Glaube ich. Der hatte sich die auch bestellt. Und das fand ich ziemlich cool. Und deswegen habe ich mir die auch bestellt. Die sehen eigentlich ganz nice aus. Die sind halt relativ klein. So auf Emoji gemacht. Deswegen My Moji. Werdet ihr dann. Wenn ich denn irgendwann mal dazu komme. In meiner neuen Room Tour sehen. Als nächstes habe ich mir ein Spiel gekauft. Und zwar. Ich weiß nicht wer von euch noch von früher NBA Jam kennt. Dieses total verrückte. Arkadelastige Basketballspiel. Wo man dann so mega Dunkings machen konnte. Mit Feuer und haste nicht gesehen. Und es gibt jetzt quasi einen. Ich will nicht sagen eine Nachfolge. Aber dieses Spiel erinnert mich schon derbe an NBA Jam. Ich habe das gesehen. Auf YouTube. Auf Facebook. Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Und dachte mir. Cool. Das Spiel behältst du mal im Auge. Brauchte ich aber gar nicht groß im Auge behalten. Weil direkt einen Tag später war nämlich schon der Release. NBA Playgrounds. Heißt das gute Stück. Hat mich 20 Euro gekostet. Und das hat mir schon viele Stunden beschert. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Damit habe ich eigentlich auch schon 50% von dem erzählt. Was ich gezockt habe. Aber da gleich nochmal mehr zu. Dann habe ich mir und ich weiß immer noch nicht warum ich ihn gekauft habe. Ich habe mir ein Fidget Spinner bestellt. Ja warum habe ich mir den denn bestellt. Ich weiß es selber nicht. Ich habe die Teile irgendwie online gesehen. Und das 8 jährige. Der 8 jährige Bernie in mir hat gesagt. Kaufen will ich haben. Ja und deswegen habe ich mir den hier bestellt. Da kann man. Ja was kann man damit großartig machen. Die Dinger die drehen sich halt. Wie ihr seht. Wenn ihr es sehen könnt. Und ich finde den eigentlich auch optisch richtig cool. Der sieht schon ein bisschen hochwertiger aus. Diese Standard Spinner. Ich weiß nicht. Kostet ihn irgendwie zwischen 5 und 8 Euro. Der hat jetzt 20 gekostet. Aber ich finde den halt wirklich richtig richtig cool. Ich wollte mir zuerst einen Fidget Spinner holen mit LED. Wo hier dann LEDs drin sind. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich cool aussehen. Nur die hatten eine extrem lange Lieferzeit. Und da hatte ich dann keinen Bock drauf. Deswegen habe ich dann den hier bestellt. Der war innerhalb von 2 Tagen da. Und ja ich finde das einfach cool. Weiß ich nicht. Das ist ein lustiges Gadget irgendwie. Und was soll ich da groß noch zu sagen. Es ist jetzt natürlich gerade wieder voll der Hype. Um diese Teile. Viel machen kann man damit eigentlich auch nicht. Großartig Tricks. Ich habe mal versucht. Oder ich habe mal diese Handbewegung hier. Ich weiß nicht wer die von euch noch kennt. Früher gab es diese Gyro Bälle. Das war ungefähr auch so ein bisschen dieses Prinzip. Nur wenn du dann so gemacht hast. Wurde der auch schneller. Das ist leider bei diesen Fidget Spinner nicht der Fall. Das wäre noch ganz cool. Aber nun gut. Ich habe auch schon wieder Sachen gelesen bei Facebook. Da habe ich echt gedacht. Leute habt ihr echt was am Kopf. Diese Fidget Spinner sind ja für Jugendliche mit ADHS gedacht. Also dass sie sich halt dadurch beruhigen können. Und ich habe tatsächlich einen Kommentar gelesen. Ja jetzt kaufen die normalen Leute den Kids mit ADHS die Fidget Spinner weg. Und sie bekommen keine mehr. Ey ganz ehrlich. Einfach nur völlig fertig. Ja und das waren dann eigentlich auch die Dinge. Die ich mir im Mai so gekauft und gegönnt habe. Genau. Geguckt. Da wisst ihr ja schon die erste Sache. Das hat ihr ja schon erzählt. Guardians of the Galaxy 2. Da waren wir ja im Kino. Die restlichen drei Filme. Die haben wir uns auf Amazon Prime angeschaut. Und der erste Film war plötzlich Papa. Ich dachte dass dieser Film lustig ist. Was er auch teilweise war. Und zwar spielt er der schwarze Darsteller von ziemlich beste Freunde mit. Deswegen bin ich davon ausgegangen dass auch dieser Film ziemlich lustig sein sollte. Er ist schon lustig teilweise. Aber er ist letztendlich mehr ein Drama. Und schon krasser Film. Ich möchte da auch nicht mehr zu sagen. Also könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Da steckt schon eine ziemlich krasse Story dahinter. Bis zu einem gewissen Punkt. Habe ich auch ganz anders noch gedacht. Und dann kam so ein kleiner Twist. Also plötzlich Papa. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ist ein bisschen was zum Nachdenken. Wie der nächste Film eigentlich auch. Obwohl er ein Animationsfilm ist. Mir hat er auf jeden Fall. Also mir hat er sehr gut gefallen. Der Sing. Denn auch bei diesem Film steckt definitiv. Ja eine Message dahinter. Ich persönlich finde. Diese Message sagt mir. Niemals aufgeben. Immer weitermachen. Es immer weiter probieren. Das ist so die Message. Die ich auf jeden Fall aus diesem Film gezogen habe. Und der war auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Also wer auf Animationsfilme steht. Sing kann man sich auf jeden Fall ganz gut geben. Auch die Songs sind alles sehr cool gemacht. Also wie gesagt. Schaut ihn euch einfach mal an. Das ist nicht dieses typische Disney-Gesingle. Weil das geht mir ja teilweise dann doch schon echt auf die Nerven. Nein. Bei Sing. Coole Songs. Gut gemacht. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Der letzte Film, den wir zusammen geschaut haben. Also den ich mit meiner Frau zusammen geschaut habe. Ist NERV. NERV. Davon habe ich damals mal schon im Kino eine Vorschau gesehen. Und da war mir klar. Den Film musst du einfach gucken. Bei NERV geht es um ein. Ja wie soll ich das jetzt sagen. Um ein Handyspiel. Ein reales Handyspiel quasi. Dass du. Du kannst dir aussuchen. Ob du Player oder Watcher bist. Also selber mitspielst oder nur zuschaust. Und dann stellen dir die Watcher. Stellen den Playern halt Challenges. Und du hast die Möglichkeit es anzunehmen. Und du musst dann halt diese Challenges in der realen Welt ausführen. Und dich dabei filmen. Das spitzt sich immer weiter zu. Immer weiter zu. Und es ist wirklich echt krass gemacht. Denn auch bei diesem Film finde ich. Das kann auch in der echten Welt passieren. Also das könnte wirklich so passiert sein. Und es ist wirklich ein krasser Film. Also der regt auch ein bisschen zum Nachdenken an. Deswegen NERV kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Richtig, richtig guter Film. Und vielleicht hat ja einer von euch die Filme, die ich hier gerade aufgezählt habe, schon gesehen. Wenn ja, könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, wie ihr die Filme fandet. NERV muss ich auf jeden Fall sagen. Den kann ich echt absolut empfehlen. Der war richtig, richtig gut. Richtig, richtig krass gemacht. Ja, und dann kommt man zum Schluss nochmal dazu, was ich diesen Monat so gezockt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Monat eigentlich gar nicht so viel gezockt. Das NBA Playgrounds, was ich ja eben schon erzählt habe. Und Dawn of War 3. Es ist ein Hammer Game, aber irgendwie momentan habe ich nicht so die Motivation zum Zocken. Wie auch immer. Kommt aber mit Sicherheit wieder. Und das, Folks, war es. Das war mein Monat Mai. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt die Geschichte ja mittlerweile, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über eure Kommentare. Und ja, für mich geht es dann heute Abend in die Nachtschicht. Ich hoffe mal, dass es alles klar geht, dass ich das durchhalte. Ich finde das richtig krass. Aber ich habe mich halt auch freiwillig dazu gemeldet. Eine Woche werde ich wohl irgendwie durchstehen. So, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020